Was ist der Kinodokumentarfilm Die vierte Revolution, Energy Autonomy, zeigt den kompletten Umstieg unserer Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energien. Und das zeigt er in einer Reise um die Welt, also in zehn Ländern, zehn verschiedene Protagonisten, die jeweils sozusagen Einzelteile dieses Gesamtthemas für sich eben leben. Es geht da um Mobilität. Das ist immerhin Elon Musk, der Geschäftsführer und Besitzer der Firma Tesla, die ja den schnellsten und dann unglaublich schicken Elektrosportwagen herausgebracht haben. Aber wir befinden uns in dem Film auch in Mali und sehen, wie zum Beispiel durch eine Solaranlage auf einer Hebammenstation dort ein großes Problem gelöst wird. Also der Film hat eine große Bandbreite und thematisiert eigentlich mehr noch die wirtschaftlichen Strukturen. Er appelliert für eine Dezentralisierung von Energieversorgung, weg also von den ganz großen Energieversorgern hin zu ganz, ganz, ganz vielen Tausenden von, Hunderttausenden von kleinen Unternehmern, zum Teil auch Konsumenten. Und er thematisiert auch das Thema Gerechtigkeit, denn solange wir in der Welt zwei Milliarden Menschen haben, die ja gar keinen Strom haben, das heißt, wo abends wirklich das Licht einfach ausgeht und keine Lampe da ist, um sie wieder anzuschalten, werden wir auch weiter Spannung und Krieg haben, weil Ungerechtigkeit schafft Krieg. Also Gerechtigkeit schafft Frieden. Das ist nicht meine Idee, das steht in der Bibel. Was ist das Thema Energieautonomie? Und das bestärkt natürlich auch irgendwo unsere Auffassung, dass dieses Thema die Menschen gerade wirklich brennend interessiert und dass es einen großen Bedarf gibt, auch Antworten zu bekommen auf die ganz wesentlichen Fragen unserer Menschheit. Und deshalb habe ich mich für diesen schweren Weg entschlossen, den schwierigeren, weil er auch der attraktivere ist, weil es auch eine große Chance ist. Mit dem Hintergrund, den ich habe, ich aber den seit über 20 Jahren in dem Thema, das Thema wirklich mal umfassend wirklich auch darzustellen. Und die Finanzierung dieses Films auf ganz verschiedene Beine zu stellen und Menschen zu bitten, kauft doch symbolische Bausteine von dem Film, das hat sich als sehr segensreich erwiesen. Das war der langsamere Weg, aber diesen Nerven muss man auch aufbringen. Es ging um 1,4 Millionen Euro. Und das ist ausschließlich aus der Bevölkerung heraus entstanden. Und schon das, finde ich, ist ein großer Erfolg. Natürlich etwas, was eine unglaubliche Energie gibt und auch eine Verpflichtung dargestellt hat, diesen Film auch so zu gestalten, wie wir es ja auch versprochen hatten. Nämlich sehr hochwertig. Sie sollten herauskommen aus diesem Kino mit dem Bewusstsein, es geht. Und es ist eine tolle Vision und ich selbst mache da jetzt mit, in meinem Umfeld. Und das eigene Umfeld ist ja ganz, ganz breit. Man kann sich um Energieeffizienz kümmern, also auch eine vollegründige Energie sparen. Mal gucken, auch viele Jugendliche fragen, was kann ich denn jetzt machen? Ich hier, was weiß ich mit meinen 15, 16 Jahren. Dann sage ich, ja, pass mal auf, hast du einen Mofa? Ja, aber spare ich für. Aber das wird jetzt kein normales zweitakter Mofa, sondern dann fragst du immer noch und so. Und dann ist es ein Elektro-Bike oder Elektro-Mofa, was es ja mittlerweile gibt. Und wenn es dann um deine Berufsentscheidung geht, welche Lehre du machst und so weiter, dann gehst du bitte nicht zur RWE, sondern dann gehst du in den Solarenergie-Bereich. Oder so etwas. Und du wirst, wirst du Solateur. Also diese Berufe auch zu ergreifen, die ja da sind und die man natürlich irgendwo auch damit sich auch zu eigen macht. Also dass das geht und dass das eine tolle Vision ist und dass man sich da selber mit sozusagen einreiht, in diese Community of Energy Autonomy, wie wir das so nennen. Also diese Gemeinschaft von Leuten, die, das ist natürlich ein lockerer Konstrukt, ja, eine Gemeinschaft von Leuten, die sagen, okay, immer wieder größere Teilen der Gesellschaft, würde ich mal so sagen. Energieautonomie ist der richtige Weg und ich mache da mit. Denn wenn sie da rausgehen, dann ist das toll. Weil wir wollten sozusagen das Herz ansprechen und dann den Verstand, ja, und dann natürlich die Füße. Also wir wollten auch vom Schauen zum Handeln aufrufen. Und das passiert viel. Also selbstverständlich können sie auf den Mieter zugehen und sagen, sie sind ja schließlich der Leidtragende, ja. Und es gibt ja eine Menge Förderung im Energieeffizienzbereich. Und zu sagen, das ist nicht zu akzeptieren, dass sie jedes Jahr, was weiß ich, 20 Prozent die Energiekosten steigen. Ja, das ist auf Dauer nicht zu ertragen. Ja, und der soll doch da bitte aktiv werden. Ja, also man wird, man, man, man wendet sich halt ganz in eine, viel, viel geringeren Bereichen auch an Vermieter, ja. Weil, was passiert, die Klobrille irgendwie einen Sprung hat. So, also das ist ausdrücklich das, wo ich sage, die Rolle eines Mieters ist ja auch sozusagen die Rolle eines Partners und eines sozusagen bewussten Konsumenten. Das würde ich sehr aktiv wahrnehmen. Und zum anderen würde ich natürlich auch selber gucken, was kann ich denn in meinem persönlichen Umfeld, also in der noch nicht energierenovierten Wohnung, ja, bewirken, dass man weniger Energiekosten auch hat. Das ist ja auch ein ökonomischer Teil, ja. Und das zeigen wir ja auch in dem Film, was es da für Möglichkeiten gibt. Der Film ist für die breite Bevölkerung gedacht, ja. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wo hängt es mir am meisten dran, dann sage ich Jugendliche, Schüler, ja. Eine Zielgruppe übrigens, die wir ursprünglich gar nicht irgendwo im Kopf hatten. Also wir haben jetzt ja nicht irgendwie einen Jugendfilm oder so gemacht, ja, mit der entsprechenden Sprache oder so, ja. Sondern wir hatten ursprünglich eigentlich fokussiert, also Entscheider, ja, so zwischen 40 und 60, ja, die dann auch sich nicht zurückziehen können und sagen, ja, die Jugend, also die nächste Generation, die macht es, ja. Die sind unsere ersten Ansprechpartner in der Konzeption des Films gewesen. Jetzt stellt sich auch einmal heraus, dass Schüler und Schülerinnen diesen Film lieben, ja. Und das als Anstoß nehmen für eigenes Handeln. Also das ist, und die gehen rein, weil man sie dazu einlädt, als anstelle von, also durch Lehrer und durch Rektoren. Also diese Gruppierung von Menschen, finde ich, wenn die ein Bewusstsein dazu entwickeln und ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, okay, dann gehen wir eben ins Kino. Wir haben in Hameln tausend 200 Schüler gehabt, ja. Wir haben in Tuttlingen, wenn man solche Sachen erfahren, wir dann so ganz nebenbei, 700 Schüler gehabt, ja. Und so diesen kleinen, vielfältigen Städten, diese Kraft, die aus der Region daraus geht. Und wo Menschen, gerade Pädagogen, ihre Verantwortung auch wahrnehmen und sagen, so, dann gehe ich mit meinen Schülern in diesen Film rein, der so eine Perspektive darstellt. Und dann nehmen die was mit, weil wenn sie einmal erstmal von dieser Idee irgendwo auch ergriffen sind, ja, dann lässt sich das nicht mehr los, ja. Ansonsten sage ich, alle. Also in diesen Film können alle Bevölkerungsschichten reingehen. Von Seiten der Internationalen Energieagentur kam eine sehr, sehr große Verärgerung, ja. Man hat dann auch unterstellt, wir hätten sozusagen das verfälschend geschnitten. Das wurde dann über eine Zeitung an uns herangetragen. Und dieses Thema war einfach dann komplett und erschöpfend, ist dann eben negativ eben behandelt, als wir das Konzept, also die Transkription des Interviews einfach der Redaktion zur Verfügung gestellt haben. Dann haben die das auch berichtet, dass das, also wir hatten noch ganz andere Sachen gesagt, wir hatten noch viel mehr, das war dann ein ungewöhnlichstes Interview. Als das dann klar war, seitdem kamen eigentlich keine Reaktionen von Seiten der Energieunternehmen. Was hätten sie auch tun sollen? Ich denke, sie gehen in den Film, ja, gucken sich an, ja. Weil sie natürlich auch wahrnehmen, dass die Gesellschaft sich entwickelt, ja. Wir haben zum Beispiel eine Einladung gehabt, danach, also ich zum Vortrag bei McDonalds, ja. Also das fand ich schon interessant, ja, dass die aufgrund des Films sozusagen aktiv werden und sagen, haben Sie eine Idee, was können wir denn machen, wir wollen uns da irgendwie auch positionieren und ob das ein Greenwashing ist oder nicht, ja. Ich habe es sehr ernst genommen und habe denen vorgeschlagen, kreieren Sie doch das energieautonome McDonalds-Restaurant mit so einer Photovoltaikanlage, die der Sonne nachgeht, so eine 10-KW-Anlage, ja. So, da könnte man ja auch meinetwegen auch das McDonalds-Logo dann auch drauf haben. Und das waren, da waren 30 Entscheider, Geschäftsführer von solchen Unternehmen da mit drin. Das wurde mit großem Interesse aufgenommen. Viele Menschen haben nicht erwartet, dass sich das Thema Gerechtigkeit so stark mit in den Film aufnehmen würde. Aber das war für mich von vornherein klar. Ja, denn Sie können diese Diskussion nicht allein in den Industrieländern machen. Das ist einfach eine arrogante und eine vollkommen falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom, ja. Und die Hälfte dieser Menschen leidet selbst nach UN-Kriterien bitter Hunger. Das heißt also, Mangel an Energie hat eine direkte Wirkung auf die Versorgung von Menschen. Darin liegt auch der Schlüssel andersrum. Wenn Sie also die Energieversorgung sicherstellen, und das geht nur über dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien, unbestritten, ja, in dieser Art von Ländern, sogenannten Drittweltländern, dann werden Sie auch dieses furchtbare Thema Hunger lösen können. Damit bin ich mit Ziegler, dem UN-Beauftragten, völlig einig darüber. Dieses Thema ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich schon als 25-Jähriger in Burkina-Phase, damals hieß das Oberwolter, meine Diplomarbeit geschrieben habe, über Medien in der Entwicklungshilfe, und das physisch erlebt habe, was es bedeutet, wenn abends die Sonne untergeht, und Sie können da nicht einen Schalter umlegen, und dann haben Sie Licht. Das ist vor 25 Jahren gewesen. Das ist ein Skandal, dass sich das immer noch nicht echt verbessert hat. Das lässt sich gestalten. Das ist nicht innerhalb von zwei, drei Jahren oder so etwas, aber wenn Sie sich das als langfristiges Ziel vornehmen, dann kann man einer Stadt, auch in der Größenordnung wie Hamburg, mittelfristig energieautonom machen. Kleinere Orte gibt es ja schon eine ganze Menge. Also ein Nachbarort von mir, es sind immerhin 1500 Bewohner dort, die haben eine Biogasanlage und entsprechende Nahwärmeversorgungssysteme, waren die innerhalb von einem Jahr. Also der Entscheidungsprozess hat ein halbes Jahr gedauert, dann waren 80 Prozent der Bevölkerung in diese zu schaffende regionale Wärmeversorgung, also kommunale Wärmeversorgung angeschlossen. Und der Kommande geht es bestens, weil die einen Überschuss hat durch Stromproduktion. Also der Bürgermeister ist ausgesprochen begeistert und stolz und hat gesagt, er hat da unglaublich viel gelernt, denn vor fünf Jahren hatte der überhaupt noch keine Idee, wie sowas gehen würde. Er wusste gar nicht, dass das überhaupt ein gutes Ziel sein kann, das man überhaupt erreichen kann. Also den Kopf aufzumachen und zu sagen, wir können uns dieses große Ziel Energieautonomie, 100 Prozent erneuerbarer Energien vornehmen, in unserem Verantwortungsbereich, also jetzt hier konkret in Hamburg, und dann gehen wir es eben professionell an, so wie wir unsere Politik ja auch in dem Sinne professionell angehen, mit Unterstützung der Bevölkerung, so wird man dann auch mal Green Capital. Das ist eigentlich das, wozu ich Hamburg auffordern und bitten möchte. Ich bin übrigens geboren in Hamburg und liebe diese Stadt und ich glaube, dass sie ganz, ganz, ganz viel Potenzial hat dafür.